Nikola Prost, der sich mit dem Gedanken jetzt schon auseinandersetzen kann, dieses erste E-Rennen gewinnen zu können. Letzte Attacke, da fährt ihm in die Karre und das war ein heftiger Einschlag von Nick Heidfeld. Aber die Autos sind sehr sicher, zum Glück, das sind ja Monocoque-Chassis, aber heftig. Aber das Auszucken von Nikola Prost, liebe Zuschauer, war sehr hart gegen den Deutschen, gegen Nick Heidfeld. Die Grassi wird gewertet jetzt erstmal als Gewinner dieses Rennens. Dann kommt Daniel Abt und dahinter Karun Czartok. Was dann nach passiert ist, muss man erstmal gucken. Wichtig, dass es natürlich nicht gut geht. Prost, ausgestiegen. Die Kamera wird jetzt extra wahrscheinlich nicht auf Nick filmen. Das Problem ist, dass das Auto abgehoben ist, aber das ist immer das Problem bei Formel Autos und dann in den Zaun ist. Ja, steigt auch sehr gut. Das ist schon mal ein hervorragendes Zeichen, dass er sich da selbst befreien kann. Nick Heidfeld. Ich bin zum Glück. Dickes Durchatmen. Und jetzt geht er natürlich auf den Prost los. Na, nee, macht er nicht. Naja, ich glaube schon, dass er ihm da was sagt. Weil ganz ehrlich, ja, es war relativ überflüssig, wie er da rausgezuckt ist. Ich wachte erstmal auf die Wiederholung ab. Ich bin da natürlich ein bisschen parteiisch, aber ich will mir das erst nochmal anschauen. Aber ich glaube, Nick war voll daneben schon. Somit ist im Prinzip seine Kurve. Aber wie gesagt, warten wir auf die Wiederholung. Also die Attacke von Nick Heidfeld war hervorragend vorbereitet. Da hatten alle nicht mehr mit gerechnet. Auch Nicola Prost glaube ich nicht, dass da nochmal was kommt. Wollte es vielleicht nicht wahrhaben. Prost. Also eigentlich müsste er die Grasse gewonnen haben. So ist es. Dann Montagny, dann Abt. Bisschen untergegangen. Ja. Aber das ist jetzt erst auch mal sekundär. Jetzt gucken wir uns das Ganze nochmal an. Da ist Prost. Und jetzt kommt links gleich. Ja. Ist schon rübergefahren. Nick ist daneben voll, ne? Also, das ist schon heftig. Aber zum Glück sind die Autos so sicher, wenn das Monocoop nicht so sicher ist. Ja, aufregend sein kann. So, gucken wir uns das Ganze nochmal an. Der ist Aktor, wer zieht. Der kommt in den Spiegel. Nick kommt raus. So, hier. Ist voll daneben. Und dann kommt, ja, also zu 100% ist das Prost schuld. Tut mir leid. Das ist eigentlich doch. Tut mir nicht leid. Das ist so. Das ist Prost schuld. Und schau mal, was der der Glück hat. Wenn er da mit dem Monocoop quer aufschlägt. Aus der Perspektive, da muss man aufpassen, dass man sachlich bleibt, ne? So, das war die Kurve davor. Jetzt ist die Gerade. Jetzt schaut er nach rechts. Jetzt sieht er, dass er kommt. Und jetzt, Achtung, lenkt er deutlich rüber. Und da ist noch... Guck mal, da ist noch nicht... Einbremsener ist Nick jetzt komplett daneben. Da fährt er rüber. Warum? Die Kurve ist hier. Hier ist die Kurve. Boah. Fast gesagt, wie der Vater, so der Sohn. Ja, da gab es auch einige Szenen in der Vergangenheit. Kinder kommen selten auf andere Leute. Nein, man darf jetzt auch nicht nur auf Prost draufschlagen. Im Nachhinein wird ihm das leid tun. Das ist auch klar. Der wollte das Rennen auch gewinnen. Muss man verstehen. Aber mit Sicherheit wird er sich dann bei Nick entschuldigen. Und beim nächsten Rennen ist das dann hoffentlich auch wieder komplett vergessen. Und hier ist der Gewinner. Lukas Di Grassi holt sich also den Auftaktsieg der Formel E in Peking. Ja, ein bisschen geerbt hat er das Ganze.